Hallo, ich bin die Elma, ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite in einem Telekommunikationsunternehmen. M1 kenne ich von Freunden und von Arbeitskollegen und ist auch auf den sozialen Netzwerken weit verbreitet. Auch einige Influencer, denen ich folge auf Instagram, waren auch schon mal hier. An M1 mit Beauty schätze ich die gute Kommunikation. Es war total einfach, einen Termin über Instagram zu vereinbaren. Zusätzlich kommt dann natürlich noch das Preis-Leistungs-Verhältnis dazu, was echt super ist. Die haben ein echt riesengroßes Behandlungsangebot von Unterspritzungen bis hin zu operativen Eingriffen. Ich denke schon länger darüber nach, mich unterspritzen zu lassen, einfach aus dem Grund, mich wieder ein bisschen attraktiver zu fühlen, mich wohler an meiner Haut zu fühlen und vor allem morgens auch frischer auszusehen. Es wird zwar ein kleiner Eingriff sein, aber da wird eine große Wirkung auf mein Wohlbefinden haben. Ich freue mich schon sehr auf das Ergebnis. Die Ärztin hat alles super erklärt. Ich hatte, ehrlich gesagt, weniger Schmerzen als gedacht. Ich habe es mir ein bisschen, also was heißt schlimmer vorgestellt, aber es war gar nicht schmerzhaft eigentlich. Mich hat meine Nasolabialfalte gestört und die Zornesfalte. Die Zornesfalte haben wir unterspritzt und dann haben wir einen kleinen Wangenaufbau durchgeführt, damit das Ganze nochmal so ein bisschen angehoben wird und anschließend dann die Nasolabialfalte unterspritzt. Ich bin mit dem Ergebnis extrem zufrieden, weil die Nasolabialfalte war vorher sehr ausgeprägt und jetzt wollte ich sie auch nicht unbedingt komplett weg haben, weil das auch irgendwie zu mir gehört. Das ist Teil meines Gesichtes und meiner Mimik auch. Meinen ganzen Freunden ist es aufgefallen, dass ich auf jeden also nicht, dass ich eine Veränderung an mir machen lassen habe oder mich unterspritzen lassen habe, sondern dass meine komplette Mimik anders ist einfach und dass ich frischer aussehe, freundlicher und auf meinen Urlaubsbildern sehe ich auch viel entspannter aus. Mit einer so Labialfalte ist denen auch direkt aufgefallen. Die Mutter von meiner besten Freundin meinte auch so, ich will das auch unbedingt machen jetzt. Ich bin total begeistert von M1. Ich habe super schnell den Termin bekommen. Die Ärztin war auch total lieb und das Ergebnis spricht ja für sich. Es ist genauso geworden, wie ich es mir gewünscht habe.